Herr Sato, verraten Sie mir, wie lange Sie das noch weiter treiben wollen? Hm, bis das ganze Land mir gehört natürlich. Deswegen müssen Sie Sato irgendwie aufhalten. Eins ist jetzt ganz deutlich geworden. Sato liebt es zu kämpfen. Er sucht den Kampf. Ah ja, das ist mal ein Kampf, so wie er mir gefällt. Ist das nicht ganz großes Kino, Jungs? Wir verschaffen uns Zeit, in dem wir Satos nächsten Angriff abwarten. Wird er heftig genug, kann eine Intervention des Militärs nötig werden. Helfen Sie, um Ihre Selbstwillen. Die Frau ist ein Erschienen. Wir machen Sato fertig. Ihr seht also, wir können nicht mehr zurück. Wir sind nur wegen dir hier. Wenn du nicht wärst, würde das nicht passieren. Wenn er Hilfe braucht, werde ich da sein. Sie haben mir ein neues Leben gegeben. Wir halten Sato auf. Koste es, was es wolle. Komm schon raus, Geist! Jetzt wird's erst richtig lustig. Geist! Und jetzt wird's, wie geht's ist. Immerh